Hallo und herzlich willkommen meine Freunde zu einer neuen Runde City Skylines mit mir dem Cini und wir sind zurück in Bulleye. Ja, ich hoffe ihr habt die gestrige Folge gut überlebt. Da bin ich ein bisschen ausgerastet, aber das muss ja manchmal auch sein. Und heute geht es wieder frisch ans Werk. Besser gelaunt. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Ich bereue nichts. Wenn man das so sagen kann. Ja, und ich habe überlegt, wir bauen hier jetzt natürlich weiter. Ich will das Ganze hier zu so einem Mischgebiet machen. Also hier die ganze Freifläche erstmal. Alles immer gemischt mit, also Industrie bleibt hier oben, aber hier dann Büros, Gewerbe und Wohnhäuser. Ich würde sagen, ich mache da einfach mal jetzt weiter, wie ich das eingeplant habe. Ich hoffe, ich steuere nicht mehr so sehr. Ich habe das Mikro ein bisschen weggenommen von meinem Mund und ein bisschen den Pegel auch runtergesetzt und hoffe, dass die Einstellungen jetzt wieder besser sind. Das Ganze ist passiert, weil ich Idiot meinte, ich könnte zu Windows 7 wechseln. Ganz großer Fehler. Bei mir haben die Hälfte der Treiber nicht funktioniert. Also der Mikrofortreiber und sowas, die gingen, aber irgendwie hat er Probleme gehabt mit dem... Oh, das war mal falsch. So, wollte ich schießen mal. Ähm... Der hatte da irgendwie Probleme gekriegt mit dem Netzwerktreiber. Da ist bei mir das Netzwerk immer wieder ausgefallen. Deswegen bin ich hier zurückgewechselt und habe gedacht, lass die erstmal an dem System arbeiten. Und dann gucken wir später nochmal, ob das klappt. Ähm... Mit der Soundkarte gab es auch Probleme und das hat mich alles ein bisschen genervt. Gut, äh... Das soll aber heute nicht unbedingt das Thema sein. Ähm... Eine... Zuschauerbitte war gewesen, dass ich, ähm... mal ein Thema anspreche und zwar ist dieses Thema... Fairtrade. Das, ähm... Ich meine, wir haben ja hier alles, äh... auch sehr landwirtschaftlich geprägt und so weiter. Deswegen ist das auch ein Thema... Für, ähm... Bullei. Wir in Bullei unterstützen natürlich den fairen Handel. Und haben unser eigenes Siegel, das heißt... Bullfair. Bullfair ist absolut fair. Und, äh... Am ehesten geht's darum, dass... Für das Bier faire Preise bezahlt werden. Weil den Bierbrauern geht's natürlich überhaupt nicht gut auf der Welt. Und die, äh... Müssen ordentlich bezahlt werden. Und da der Bierkonsum in Bullei relativ hoch ist, vor allem weil der... 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 der Paddy hier wohnt. Und der Martin und, äh... Wer weiß... was weiß ich, wer hier noch alles eingezogen ist. Ähm... Deswegen müssen wir da natürlich drauf achten. Ähm... Ja... Nein, aber jetzt mal ein bisschen ernst zu dem Thema. Ähm... Also ihr wisst vielleicht, was Fairtrade heißt. Fairtrade heißt, dass quasi, ähm... Die Produkte, die unter diesen Siegeln verkauft werden, zu fairen Bedingungen, äh, weiterverkauft werden. Also das heißt, wenn... wenn so ein Ding, ähm... Was sollen wir denn dann nehmen? Wenn Kaffee dann halt... Ähm... Ein bisschen teurer ist, dann liegt das da dran, weil der Endkunde... Äh, der Enderzeuger quasi den richtigen Lohn dafür bekommt. Weil es ist leider meistens so, dass, äh, im internationalen Handel der Weltkonzerne... So, dass die Weltkonzerne gerne mal... Da... Ähm... Sich den dicksten Batzen abgreifen und die hinten dran fast gar nichts verdienen. Und das hat halt nichts mit fairem Handel zu tun. Und die Leute merken quasi am Hungertuch, obwohl sie ein Produkt herstellen, was eigentlich ordentlich bezahlt wird hier. Und das soll halt durch diese Fairtrade-Sachen ein bisschen, ähm, reguliert werden. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Aktion. Ähm... Das Ganze... Wird größtenteils gemacht bei Naturprodukten. Ähm... Das heißt, Kakao, Kaffee... Und so weiter. Da ist halt auch die Größe Diskrepanz immer. Ähm... Zwischen... Den Sachen von den Großkonzernen und das, was die Leute dann letztlich dann kriegen. Wichtig ist dann auch, dass dann da Arbeitsplätze... Äh... Arbeits, ähm... Bedingungen stimmen in diesen Herkunftsländern. Das heißt, dass es da keine Kinderarbeit gibt und so weiter. Da drauf sollte auch Wert gelegt werden. Aber... Ich sag euch jetzt schon mal, dass das alles nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie sich das gerade anhört. Denn leider... Gibt es kein... International... Äh... Wie soll man sagen? Alleingültiges Siegel... Von diesem Fairtrade. Es gibt verschiedene Organisationen, die alle ihre eigenen Siegel haben. Und die auch alle... Das anders auslegen. Also das heißt, ähm... Das heißt, dass ich mir mal überlegt habe, dass es hier für die Küstenstraße ein bisschen klein ist. Und deswegen upgraden wir die. Jetzt werden hier natürlich die Häuser abgerissen, aber leider muss das jetzt mal sein, weil... Wir werden später ein großes Problem bekommen, wenn hier Verkehr entsteht. Jetzt ist ja schon ein bisschen Verkehr, sieht man. Ähm... Wo war ich stehen geblieben? Ja, äh... Das Problem bei dieser ganzen Sache ist halt... Dass, äh... Da... Dass da nichts kontrolliert wird und dass dann quasi... Ähm... Jede Organisation... Ihre eigenen Standards hat. Da kann man jetzt sagen... Na gut, die Standards sind aber bestimmt auch relativ hoch. Aber... Leider haben sich da auch... Ähm... Ein paar... Ähm... Haben festgestellt, dass man damit eine goldene Nase verdienen kann. Wie es immer so ist. Und, ähm... Da wird... Dem Scheinheiligtum des... Gutmenschentums... Äh... Ja, das finde ich halt immer ein blutes Wort, dieses Gutmenschentum. Das hatten wir auch gestern quasi gehabt. Ähm... Aber... Ich weiß nicht, wie ich es sonst gerade ausdrücken soll. Also... Die Leute denken, sie würden was Gutes tun. Aber... Ähm... Letztlich... Tut sich in den Ländern, wo quasi das Geld einkommen kann, nicht wirklich viel. Ähm... Die Produkte werden dann halt wegen diesem Fairtrade-Siegel natürlich teurer verkauft. Und jeder sagt, ich akzeptiere den teuren Preis, wenn das alles ankommt. Aber... Die... Das ist leider nicht... Gesichert, dass das Geld auch wirklich da ankommt. Ist sehr schade. Ich finde solche Menschen, die sowas machen... Die gehören auch in... Hinter Gittern und, ähm... Sollten hart bestraft werden. Weil da wirklich ja mit einem... Ähm... Mit der Gutmütigkeit der Menschen quasi schabernack getrieben wird. Entschuldigung, ich bin immer noch erkältet. Hört man ja auch vielleicht. Ach... Ich glaube, als ich das letzte Mal da nachgeguckt habe, da war es so... Ich kenne den Namen jetzt auch nicht auswendig. Aber, ähm... Die meisten... Ähm... Mein internes Lexikon ist schon wieder kaputt. Hehehe... Ne, ähm... Auf jeden Fall spielen die auch sowas vor. Und da ist halt... Bei Lidl... Wurde schon gesagt, dass das... Alles nicht so... Lauf... Laufen würde, wie das angedacht war. Und... Da sollte man aufpassen, ob man dann wirklich hingeht und... Das Geld mehr ausgeben will. Weiß ich nicht. Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Also, ähm... Ich glaube, mir sind... Äh... Alle nicht davon befreit. Also... Wenn jemand sich zum Beispiel... Ich bin kein Kaffeetrinker, aber... Äh... Wenn... Wenn man den Kaffee ein paar Euro günstiger bekommt, dann ist man froh. Denke ich. Und, ähm... Da wird nicht viel drüber nachgedacht, wie sowas eigentlich angebaut wird. Und wer... Da an diesem ganzen Prozess da beteiligt ist. Ähm... Ich finde das wirklich schade. Dass man sich so wenig Gedanken drüber macht. Aber ich bin selber so. Ganz ehrlich. Also, ich bin... Ich kann mich da auch nicht ausschließen. Dass ich oft auch einfach nur auf den Preis gucke, wenn ich einkaufen gehe. Hier. Aber vielleicht sollte man auch öfter mal, ähm... Da drüber nachdenken. So, es wird mehr Industrie benötigt. Und, äh... Industrie sind natürlich auch Büros. Hier... Wurde auch schon ein Büro direkt gebaut. Hat aber kein Strom. Jetzt überlege ich grad, wie ich das ein bisschen mache. Ich würd sagen, ich dick hier als rüber. Dann hier hoch. Wenn ich das jetzt durchlege und dann weiterbaut, dann kann ich näher immer nur diese Stromtrassen im Weg. Und wir bauen jetzt quasi hier jetzt so... Komm, wir machen das mal so. Wir bauen hier so... Schalenmäßig immer weiter... Ist nicht alles ganz genau, aber... Passt schon. Ja, das ist alles Kocke. Ja, das ist alles Kocke. Passt schon. Machen wir dann noch eine Straße hier durch. Ähm, als ich aus dem Irlandurlaub zurückkam, bin ich über... Sind wir nachts über London geflogen. Und es war... Ganz, äh... Eine ganz seltene Begebenheit, äh... Hat die Sue ja das gesagt. Dass wir... Sternenklaren Himmel über London hatten nachts. Das heißt, man hat aus dem Flugzeug alle möglichen Lichter gesehen. Und, ähm... Das hat richtig gut ausgesehen. Und da hat man die Architektur, wie London aufgebaut ist, auch mal gesehen. Und das fand ich gerade sehr faszinierend, wenn ich hier so quasi mein Städtchen sehe. Die hatten nämlich auch, äh... Mal sehen, ob ich hier irgendwie sowas habe. Also, am ehesten... Sowas hier. Also, die hatten da in... Sowas... In der Art... Das waren quasi ein riesen... Gebäudeblock. Und das hat irgendwie so ausgesehen, als wäre da irgendwas reingeschrieben. So, dass man das vom Flugzeug aus sehen kann. Das war ganz verrückt und, äh... Aber auch super interessant. Also, ähm... Städtebautechnisch ist, glaube ich, London ziemlich weit vorne. Ähm... Was wollte ich noch? Ich würde sagen, das Gebiet lassen wir jetzt erstmal. Das wird ja noch... Ich baue mir hier noch ein bisschen Wohngebiet rein. Und hier auch noch. So... Dann lassen wir das jetzt erstmal so wachsen. Wo hatte ich denn hier die Feuerwehr? Da... Feuerwehr und Polizei hingesetzt. Hier Krankenhaus. Können wir hier vielleicht noch irgendwo kleine hinsetzen. Da in die Straße vielleicht. Das machen wir aber dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Ähm... Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären zu diesem Fairtrade. Äh... Zu dieser Fairtrade-Geschichte. Wenn ihr da, äh... Anmerkungen und Fragen habt. Dann haut mir das doch bitte in die Kommentare. Ich... Ich... Lass mich auch gerne eines Besseren belehren. Aber... Ich habe mich da, glaube ich, ganz gut informiert. Und... Ähm... Ja, am besten... Also vor allem, wenn ihr, ähm... Irgendwelche... Organisationen kennt, die das... wirklich gut machen. Und, ähm... denen man da vertrauen kann. Dann postet mir gerne die Namen. Unten rein. Ich, äh... Werde mich dann da auch umgucken. Und, äh... Ja, dafür danke ich euch schon mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!